Bei Dabu Teat, willkommen im Video. Wir fliegen in die Türkei. Das wird unermal. Der Grund dieser Reise ist, wir wollen einen Döner mit Hüseyin Kellec schwätzen. Hüseyin Kellec. Mit dabei. Eneson Adam Chujo. Weißt, was das Krasse ist? Hüseyin Kellec. Ich werde einfach seinen Glatze küssen. Er hat keine Glatze. Ey, Bro, was machst du da? Bro, ich bin türkisch, dein Alter. Hallo Hüseyin Abi, ich bin Eneson und ich möchte mit dir Weintrauben essen. Hast du Weintrauben da? Oder, merhaba Hüseyin Abi, ben Eneson. Wenn ich mich zu essen, will ich mich zu essen, will ich mich zu essen? Das ist richtig. Mega happy, nicht? Hüseyin Abi, ich will mich auf diesen Trip. Er ist der Kaptistin speaking. Ich bin Antalya, ich bin Antalya. Hüseyin Abi, selamu aleyküm. Hüseyin Abi, selamu aleyküm. Hüseyin Abi, selamu aleyküm. Hoşgeldiniz. Selamu aleyküm. Hüseyin Abi, hoşgeldin. Nasılsın? Nasılsın, Asya abi? İyi, sağo, sen nasılsın? Seni nereden buldu bu? Hüseyin Abi. He? Er ist der Bahtianlaysu, war. Sen nerelisin? Angola. Lan nereden buldun lan bunu Angola? Abi bu ne ya? Acıktık biz abi. Piyaz yiyelim mi? Ich darf nicht mehr mit dem Kassica Antalya köfte. Österlimik sersen. He? Er ist der Nenemek Köfte, bizet. Köfte, piyaz. Pirdamaki gibi. Köfte, yiyeceksen Isa'ya gelseks. Das ist eine Vorspeise vom Köfte. Görüyor musun Köfteleri? Isa bizim arkadaşımız. Köfteler de güzel. Das hier wird immer kostenlos serviert. Kletiyle Tomates. Kletiyle. Er meint, er liebt dich. Er meint, er liebt dich. Achein, Lan. Ich hab's gekmachtet in Antalya. Fala, das ist ein Rekke, ein Rekke. Of 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 of. Limon bedava, Pazarlarda uc. Geh, Abii. Hammer. Das ist eine Vorbereitung. Hast du dir das so lieb? 10 von 10. Sag mal, hast du noch einen Piaz zu essen? Nein. Als Nachbereitung gibt es die Baklava. Baklava. Wow. Ich mache eine gute Gespräche. Maşallah, maşallah. Bekomme ich? Oh mein Gott. Die Antalya ist so hart. Freunde, jetzt essen wir laut Hüseyin Abi den besten Diyer in ganz Antalya. Diyer brüllt auf türkisch Leber. Einmal Döner ohne Rotkohl, bitte. Hüseyin Abi, wie isst du dein Döner? Alles, außer Rotkohl. Alles. 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 Alles, außer Rotkohl. Es ist jetzt, jetzt. Meranen apenas, oder? Alles. Wir machen unsere Diyer rein. Ein paar Zwiebeln rein, Bruder. Ein bisschen Rotkohl. Oh. Dieser Mann. Hat Ahnung von Essen, Bruder. Die besten Lieben, die ich immer zu gestern habe. Habe, dann. Habe, dann! Es geht weiter, Bruder. Es geht weiter, meine Damen und Herren. Babayam, saab 5'e gelince de göreceksin. Arama da 5. Arama da 5, evde 15 diyor. Ya işte, Arama da 5, Arama da 15. Nasıl oluyor? 5'e 15. Ne lan bu? Şöyle şuraya bak abi, oraya.. Nereye bakıyor bu adamlar? Senin Instagram projeyi, Ben toslayacağım abii. Metalika. Ibo, aber bist du Werder Bremen-Fan? Nein, abi, ja, nein. Ich will, 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 ich will. Ibo, abi, du machst mir Angst. Abi, das heißt Flashback, was ist das? Flashback? Ein sehr böser Mann. Antalya ist Evredik, Juhans in der City. Toast bei Toast zu Ibo. Wenn dieser Mann was kann, dann ist es ein Toast zu machen. Hör mal. Wir sind im nächsten Stopp, auf jeden Fall heißt Alain Fisch Ibo. Wie heißt der? Fisch Ibo. Fisch Ibo, abi. Stabio. Fischki Ibo, Fischki Ibo. Fischki Ibo. Wie heißt der? Fischki Ibo. Versuch sich ischen damit drauf zu haben. Wir haben hier Schischkender. Das soll hier sehr berühmt sein. Digga, guck mal bitte, wie geil das aussieht. Wir sind doch da, meine Damen und Herren. Wir haben hier Brot, wir haben Joghurt, wir haben den Schisch. Digga, guck dir das mal an. Wir sind das ein ich weiß, denn ich fühle ich dir. Soll ich es dir. Das können wir können aber nicht. Und wie beherst du hier dann? Ja dann kann ich ab? Warum forst Pues Göttchen. Okay, bitte ich dir. Dafür muss man sie indicating? Antwort auf kommst denn? Ja de ich bin! Wenn da dort hin! Okay, okay! Okay. Wir nehmen uns. Schäf, wir können Sie einen Facebook-Fat. Hey, 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 hey. Es ist vorbei, ein schönes Food Tour mit dem Onkel. Eine sehr sehr gute Kulinarische Erfahrung in der Türkei. Und der Onkel gibt es auch Türkisch weiter. Wir können Sie dazu noch mal verpacken. Ich freue mich absolut, wir sind selten hier vor. Wir sind in Antalya gekommen. Ich freue mich auch in Antalya. Wir waren in Antalya. Es ist wirklich ein schönes Stadt. Wir haben eine龍 gewesen. Abonnieren habe ich�. 4.700 bis 8000. Man muss Sie hier helfen. Oğuz, ihr das unser Schöner. Bem willkommen zum Ende von diesem Video. Ich hoffe, dass ihr Spaß habt. Wenn ihr euch das Video gefallen hat, und wenn ihr am Dienstag eine Stadion Tour mit Hussein und Elasen sehen wollt, dann gibt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wird uns sehr, sehr freuen. In dem Sinne würde ich sagen, tschau und ja. Leute, wir sind noch eine Woche in der Türkei und ihr könnt entscheiden, in welchen zwei Städten wir eine Foodtour drehen sollen. Schreibt es in den Kommentaren und lasst es uns wissen. Ja, das war ein geiler Tag. Das war's für heute. Wir sehen uns unabhängig. Vielen Dank.